Carnet von Volkswagen. Das sind die mobilen Dienste, die nützliche Informationen online und via Smartphone in das Fahrzeug integrieren. Carnet MirrorLink bringt eigene Inhalte vom Smartphone ins Auto. Per USB werden geeignete Smartphones verbunden. MirrorLink spiegelt die Inhalte auf das Infotainment-Display. Die Bedienung erfolgt intuitiv. Für den mobilen Einsatz stehen ausgewählte Apps bereit. Einer davon ist der ThinkBlue Trainer von Volkswagen. Die App wertet das Fahrverhalten aus und gibt praktische Tipps für effizienteres Fahren. MyGuide empfiehlt Ziele in der Umgebung, zum Beispiel Restaurants. Mit persönlichen Kriterien und aktuellen Online-Informationen findet die App zu jeder Tageszeit und für jede Situation ein passendes Lokal. Mehr noch, telefonisch kann schon unterwegs ein Tisch reserviert werden. Ein Touch, die Navigation startet. MirrorLink unterstützt viele weitere Funktionen, vom Internetradio bis zum Newsreader. Carnet MirrorLink bringt das Smartphone ins Auto.